Die Macht der Gedanken von Henry Thomas Hamblin Kapitel 1 Opfer der Unwissenheit Menschen, die absichtlich negativ denken, gibt es vermutlich nicht viele. Die meisten Leute werden gute Absichten haben und wollen gut sein. Dennoch sind die meisten Menschen mehr oder weniger Negativdenker. Der Grund ist wahrscheinlich überwiegend in Unwissenheit zu suchen. Die Menschheit ist nicht aufgeklärt. Dass negative Gedanken hochgradig destruktiv wirken, ist nicht allgemein bekannt. Wir weiden uns in unserer Ahnungslosigkeit in ihnen und bilden uns sogar ein, dass wir uns nichts ausmachten. Gedanken an Wut, Rache, Hass, Groll, Neid, das Nachgrübeln über Schlechtigkeiten, Verluste oder Kummer sind destruktiv. Gedanken an Angst, Scheitern, Schwäche, Armut, Krankheiten und Tod sind allesamt destruktiv. Sie schaden uns in gesundheitlicher Hinsicht, sie beeinträchtigen unser Glück, sie besorgen uns unliebsame Umstände und wirken in allen Lebensbereichen zerstörerisch. Sie lassen unser Nervensystem zusammenbrechen, sie lähmen unsere Bemühungen, sie untergraben unseren Willen, sie verleiten uns zu falschen Entscheidungen. Es ist leicht zu erkennen, dass dies ein äußerst wichtiger Bereich ist und doch werden weder Kinder noch Erwachsene auf diese Zusammenhänge hingewiesen. Diese beinahe universelle Unwissenheit lässt uns in negativen Gedanken schwelgen und fügt uns großen Schaden zu. Wie vielen deuten es beispielsweise bekannt, dass Todesfälle in längeren Hungerzeiten auf das Denken und nicht auf Nahrungsmangel zurückzuführen sind. Falls ein Mensch nicht genug zu essen bekommt, stirbt er in der Regel innerhalb weniger Tage. Falls jemand jedoch vorsätzlich fastet, um sich von einer organischen Krankheit zu heilen, und falls diese Kur klug durchgeführt wird, kann er 40 und mehr Tage ohne Essen auskommen und diese Zeit nicht nur unversehrt überstehen, sondern sogar einen Nutzen daraus ziehen. Woher kommt es, dass eine erzwungene Fastenzeit von wenigen Tagen zum Tode führt, während eine freiwillige Fastenzeit von sechs Wochen Gutes bringen kann? Die Antwort finden wir natürlich in der Geisteshaltung des Betreffenden. Und was den Erstgenannten umbringt, ist nicht der Nahrungsmangel, sondern die Beschaffenheit seiner Gedanken. Nach wenigen essensfreien Tagen befindet sich ein Mensch meist in einem Zustand großer Schwäche und Erschöpfung. Der aus freien Stücken Fastende arbeitet weiter und reduziert sein Arbeitspensum erst in der Schlussphase seiner Fastenzeit. Der Herr, der beinahe 50 Tage lang heilfastete und über den wir in letzter Zeit aus den Zeitungen erfahren haben, hatte nicht nur seine täglichen Aufgaben verrichtet, sondern obendrein ein Buch über dieses Thema geschrieben. Und, wie jeder weiß, ist dazu ein hohes Maß an Konzentration nötig. Ein Vergleich mit dem Verhungernden, der nach wenigen Tagen zusammenbricht und alsbald stirbt, zeigt sehr deutlich die Macht von Bewusstsein und Denken. Der Verhungernde geht davon aus, dass er sterben wird, weil er nichts zu essen hat. Die Folge ist, dass er bald stirbt. Der Fastende denkt, dass das Fasten seine Gesundheit verbessert. Die Folge ist, dass er gesünder wird und vielleicht sogar von einer organischen Krankheit geheilt wird. In letzter Zeit konnten wir in den Zeitungen viel über prominente Personen lesen, die sich freiwillig einer Fastenkur unterzogen, um auf diese Weise gesünder zu werden. Doch daran ist nichts Neues. Meines Wissens waren solche Kuren in gewissen Kreisen auch schon vor einem Vierteljahrhundert bekannt, wenn gleich der geistige Aspekt damals noch nicht erfasst worden war. Es spricht nichts dagegen, dass der Verhungernde, sofern er sich vorher gut ernährte, nicht ebenso lange überleben könnte wie der Fastende. Er müsste dazu nur sein Denken ebenso ausrichten wie der Fastende. Zunächst müsste er davon überzeugt sein, dass eine Fastenzeit seinem Körper gut tut und seine Gesundheit fördert. Allerdings wäre das nicht auf Anhieb leicht, denn Unwissenheit und Vorurteile sind schwer aus der Welt zu schaffen. Dazu kommt, dass der Mensch dazu neigt, angsterfüllt in die Zukunft zu blicken. Er würde sich Sorgen machen, da er Angst hätte, nach seiner erzwungenen Fastenzeit keine Nahrung mehr zu erhalten. Die Tatsache bleibt aber bestehen, dass ihn nicht der Nahrungsmangel in den Tod schickt, sondern seine geistige Einstellung. Er wird von seiner Angst umgebracht, genauso wie der freiwillig Fastende durch seine Gedanken und Erwartungshaltung am Leben bleibt, seine Kraft behält und weiterhin arbeitsfähig ist. Aus diesen Worten darf nicht geschlossen werden, dass ich ein Fürsprecher leichtfertigen Fastens sei, denn ein unkluges Vorgehen kann hier durchaus großen Schaden anrechten. So heilsam das Fasten auch sein mag, sollte es unter fachkundiger Aufsicht erfolgen. Es gibt noch einen weiteren Punkt, über den viel Unkenntnis herrscht, die Möglichkeit der disziplinierten Gedankensteuerung. Dass sich Gedanken ebenso regeln lassen, so wie ein Polizist an einer Kreuzung den Verkehr regelt, ist leider nicht allgemein bekannt. Der Polizist hebt eine Hand und sofort kommt der Verkehrsfluss hinter ihm zum Stillstand und andere Verkehrsteilnehmer können quer passieren. Diese Analogie können wir auf unsere Gedanken übertragen. Unerwünschte, destruktive Gedanken können zum Stillstand gebracht werden, während erwünschte und konstruktive Gedanken herbeigewunken werden können. Die Leute sagen, das geht mir immer wieder durch den Kopf, ich kann nichts dagegen machen. Sie reden so, als ließen sich Gedanken nicht lenken und steuern. Sie erkennen nicht, dass man Gedanken ebenso verändern kann, wie zum Beispiel ein Gesprächsthema. Jeder von uns kann ein Gesprächsthema vorsätzlich ändern. Das ist reine Willenssache. Beinahe ebenso leicht können wir unsere Gedanken ändern. Wir müssen es allerdings wollen und dürfen uns nicht mehr damit herausreden, dass es unmöglich sei. Aber nicht nur der Inhalt unserer Gedanken kann verändert werden, wir können das Denken sogar gänzlich einstellen. In beiden Fällen handelt es sich um Errungenschaften von höchstem Wert, die sich durch Übung und Selbstschulung erlangen lassen. Selbst die Schwächsten können sie meistern, wenn sie nur beharrlich sind. Es bedarf dazu keiner besonderen Intelligenz, Begabung oder sonstiger außergewöhnlichen Fähigkeiten. Jeder normale Mensch kann durch Beharrlichkeit lernen, seine Gedanken in den Griff zu bekommen. Erst wenn wir Herr über unsere Gedanken sind, beherrschen wir auch uns. Und erst dann sind wir wahre Lebenskünstler. Nicht indem wir uns der Disziplin der Lebenserfahrungen widersetzen, sondern indem wir bestmöglich damit umgehen, einen ausgeglichenen und ruhigen Geist und einen sicheren Glauben pflegen. Kapitel 2 Opfer der Suggestion Bis zu einem gewissen Grade ist jeder von uns ein Leidtragender der Suggestion. Resolute und skrupellose Leute üben mittels Suggestion vorsätzlich Einfluss auf andere Menschen aus, um sich selbst Vorteile zu verschaffen. So sagt der Anwalt bei Gericht zum Beispiel, Ich möchte Ihnen nahelegen, dass... Und dann folgen Suggestionen, welche unwahr und unredlich sein könnten, den Zeugen aber so überfahren, dass der Wert seiner Aussage zunichte gemacht wird. Auf diese Weise überrennt ein starker Geist einen Schwächeren durch Willenskraft und Suggestion. Der Hypnotiseur suggeriert seinem Opfer, dass ein Stück kaltes Metall auf dem Rücken des Hypnotisierten ein rotglühendes Eisen sei. Und sofort fängt das Fleisch zu verbrennen an und ruft Blasen hervor, genauso wie es reagieren würde, wenn es sich um echte Verbrennungen gehandelt hätte. Vielleicht suggeriert er seinem Opfer auch, dass eine Tasse Paraffin eine Tasse Limonade sei und das Opfer trinkt das Wachs voller Genuss. Solche Beispiele zeigen uns, wie mächtig Suggestionen wirken. In einem seiner Bücher beschreibt Dr. Schofield zwei bekannte Ärzte, die die Macht der Suggestion beweisen wollten und in einem Restaurant einen Mann ansprachen. Sie erzählten ihm, dass er sehr schlecht aussähe und sich ins Bett legen solle. Der Mann kannte den Ruf der Ärzte, glaubte ihnen, ging nach Hause und legte sich ins Bett, wo er verstarb. Den Ärzten dürfen sicherlich keine üblen Absichten unterstellt werden und sie hatten als Ergebnis ihres Tests wohl nur mit einer leichten Unpässlichkeit gerechnet. Täglich wird uns in den Zeitschriften und Zeitungen suggeriert, dass wir diese oder jene Mittelchen und Pillen einnehmen sollten. Vielleicht lesen wir jahrelang über solche Anzeigen hinweg, doch eines Tages gehen wir dann doch in die Apotheke und lassen sie uns geben. Sie sehen einen Mann mit flatternden Augen. Er niest und greift ständig zum Taschentuch. Dieser Anblick suggeriert ihnen eine Grippe und sofern sie nicht positiv eingestellt sind, dürfte es nicht lange dauern, bis auch sie zu Husten anfangen. Auf tausenderlei Arten wird die Suggestion an uns herangetragen. Wir erhalten sie über die Augen, die Ohren, den Geruch und die Berührung. Wir sind ihr an jeder Straßenecke ausgeliefert. Es sei denn, wir eignen uns eine positive Grundeinstellung an, um uns gegen die Suggestion in all ihren Abarten zu schützen. Ich kann hier lediglich noch auf einige weitere Arten hinweisen, wie wir von der Suggestion unbewusst beeinflusst werden. Mehr Raum bleibt mir nicht. Besonders nachhaltig wirken Arzneimittel, Inserate in Zeitungen und Zeitschriften. Es wurde bereits erwähnt, dass wir Tag für Tag gemahnt werden, gewisse Pillen einzunehmen. Doch was die Suggestionskraft angeht, verblassen solche Inserate angesichts moderner Werbemethoden für wertlose Mittelchen und schädliche Pillen. Es werden uns Bilder von niesenden Menschen gezeigt. Andere Fotos zeigen uns Menschen mit schmerzenden Rücken oder Ähnliches. All das nur mit dem einen Ziel, den Leserinnen und Lesern zu suggerieren, dass sie ebenfalls von solchen Leiden betroffen sein könnten. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich als Bub einmal eine lange Zeitungsannonce mit folgender Überschrift las. Was ist das für eine neue Krankheit, die uns alle bedroht? Dies wirkte so stark auf mich, dass ich überzeugt war, von dieser Krankheit befallen und ernsthaft gefährdet zu sein. Ich wäre sicherlich krank geworden, wenn ich meinen Eltern nicht meine Ängste gebeichtet hätte. Nie werde ich die heiteren Ausrufe vergessen, welche auf mein Beständnis folgten. Meine Eltern konnten sich vor Lachen kaum mehr zurückhalten. Damit lachten sie auch meine Ängste weg. Und seit diesem Vorfall bin ich gegen Arzneimittelinserate immun. Viele werden die humorvollen Romane von Jerome K. Jerome kennen, vor allem aber seine Erfahrung mit der Lektüre eines Lehrwerks über Symptome. Er sagte, dass er nach der Lektüre dieses Buches davon überzeugt war, mit Ausnahme des Putzfrauenknies jede denkbare Krankheit zu haben. Wenngleich Jerome natürlich mit der Absicht schrieb, seine Leserschaft zum Schmunzeln zu bringen und zu unterhalten, sollte das Körnchen Wahrheit nicht übersehen werden. Dann gibt es noch die sogenannte Massensuggestion, also die Beeinflussung großer Menschenmengen. Wir neigen alle dazu, uns im Denken an eine Menschenmenge anzupassen und uns von den Emotionen großer Gruppen mitreißen zu lassen. Die Gedanken und Emotionen von Menschenansammlungen lassen sich ziemlich leicht beeinflussen. Für einen Einzelnen ist es in einer solchen Menge hingegen schwer, seiner eigenen Gedankenwelt standhaft treu zu bleiben. Dies ist der Grund, warum Personen, die unter normalen Umständen vernünftig und besonnen reagieren, in der Masse mitgrönen. Es ist auch der Grund, warum Leute, die im Privatleben friedlich und harmlos sind, in einer Masse gewalttätig oder aufrührerisch werden können. Die Emotion der Masse ergreift von ihnen Besitz und reißt sie förmlich mit. Manche Menschen sind für Suggestionen empfänglicher als andere. Manche sind behäbig und phlegmatisch. Auf solche Menschen haben Werbeanzeigen weniger Einfluss. Andere sind sensibler und zarter beseitet. Diese Menschen sind für Suggestionen anfälliger und sind leichte Opfer. Es sei denn, sie lernen sich dagegen zu wappnen. Sie fühlen sich leicht übers Ohr gehauen und ungerecht behandelt. Doch sollten sie sich nicht selbst bemitleiden, sondern ganz im Gegenteil dankbar sein. Menschen dieses Schlages sind nämlich genau die, welche den größten Nutzen aus Suggestionen ziehen können, wenn diese ordentlich und wissenschaftlich angewandt werden. Kommen wir nun zum Bereich der Versuchungen. Jeder von uns ist ihnen auf die eine oder andere Weise ausgesetzt. Was den einen in Versuchung führt, lässt den anderen kalt, was nicht bedeutet, dass er völlig darüber stünde. Was ist Versuchung denn anderes als Suggestion? Woher oder von wem die Suggestion kommt, soll uns hier nicht interessieren. Es reicht, dass wir wissen, dass wir alle Opfer der Suggestion sind, solange wir nicht lernen, erfolgreich damit umzugehen. Eine subtilere Suggestion als die Versuchung gibt es nicht. Sie kommt so hinterhältig daher, dass sie kaum auszumachen ist. Selbst in unseren besten Augenblicken, wenn wir uns zu edlen Taten anschicken, werden uns niedere Ideen und Motive suggeriert. Wenn wir ihnen nicht anheimfallen wollen, brauchen wir eine ständige Wachsamkeit. Deshalb lesen wir im Buch aller Bücher Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallet. Zum Abschluss dieses Kapitels möchte ich noch kurz auf die manchmal zuhörende Bemerkung eingehen, dass fast alles im Leben Suggestion sei. Nach dieser Theorie besäßen wir nur das Bewusstsein und alles, was unser Leben ausmacht, sei das Ergebnis von Suggestionen. Demzufolge sei beispielsweise Armut das Ergebnis von einsuggerierter und akzeptierter Armut, Krankheit das Ergebnis von einsuggerierter und akzeptierter Krankheit und Kummer das Ergebnis von einsuggeriertem und akzeptiertem Kummer. Als Gegenmittel wird die Autosuggestion des gegenteiligen und angestrebten Zustands empfohlen. Dem Armen wird geraten, sich vor dem Einschlafen Wohlstand, Überfluss und Fülle zu suggerieren. Sobald das Unterbewusstsein diese Suggestion aufgegriffen habe, so die Theorie weiter, würde sich das Blatt wenden. Derselbe Vorgang gilt sinngemäß für die anderen Lebensbereiche. Dem Kranken wird also geraten, sich Gesundheit zu suggerieren. Viele werden dies für Unfug halten. Wenn gleich ich der Lehre nicht im Rohzustand ohne weitere Nuancierungen zustimme, will ich ihr einen beträchtlichen Wahrheitsgehalt nicht abstreiten. Allerdings ist es nicht ratsam, auf diese Weise am Unterbewusstsein herumzubasteln. Eine unsachgemäße Friemelei ohne tiefes Wissen oder Erfahrung kann mehr Schaden verursachen als Gutes anrichten. Kapitel 3 Das Geheimnis der Überwindung Wie Sie das Leben wie ein Töpfer formen und gestalten Warum ist rechtes Denken so wichtig? Rechtes Denken ist wichtig, weil es sich auf unsere Handlungen auswirkt. Es ist wichtig, weil es den Charakter formt und eine unerschütterliche Geisteshaltung aufbaut. Es ist wichtig für unser Wohlbefinden und für das Gelingen unseres Lebens. Es ist wichtig, weil wir durch rechtes Denken schädliche Suggestionen überwinden können. Zunächst müssen wir uns klarmachen, dass Gedanken die Ursache unseres Tuns, unseres Verhaltens und unserer Entscheidungen sind. Erst wenn wir die Schwierigkeiten des Lebens zunächst gedanklich überwinden, können wir sie auch in der praktischen Erfahrung meistern. In gewisser Weise ist es gut, den Menschen ans Herz zu legen, sich keinen sorgenvollen Gedanken hinzugeben, sondern an schöne und angenehme Dinge zu denken. Allerdings besteht die Gefahr, dass sich daraus eine gedankliche Gewohnheit entwickelt, die beinahe ebenso destruktiv ist wie das Nachbrüten über Probleme. Die negative Anwendung gut gemeinter Ratschläge ist für das Scheitern jener Menschen verantwortlich, welche dann sagen, ich habe es ja mit rechtem Denken versucht, aber genützt hat es nichts. Es hat deshalb nichts genützt, weil es niemals rechtes im Sinne von richtigem Denken war. Es war vielmehr das genaue Gegenteil, falsches Denken. Solche Leute sagen, ich denke nie an meine Probleme, ich weigere mich, darüber nachzudenken. Genau das ist der springende Punkt. Statt sich den Schwierigkeiten des Lebens beherzt zu stellen und sie gedanklich zu meistern, laufen diese Menschen vor ihnen weg. Kaum taucht ein unangenehmer Gedanke auf, zum Beispiel der Gedanke an eine lästige Aufgabe oder eine zu lösende Krise, kneift dieser Mensch und denkt an etwas Angenehmeres. Wer also sagt, an Probleme denke ich nie und wer alle unangenehmen Gedanken verdrängt, hat keine Chance, die aktuellen Schwierigkeiten konstruktiv zu lösen. Das, was er für rechtes Denken hält, hindert ihn daran, Entscheidungen zu treffen und seine Herausforderungen zu überwinden. Wenn wir die praktische Lebenssituation meistern wollen, müssen wir bei den Gedanken anfangen. Wir könnten somit von zwei Gruppen sprechen. Erstens, Menschen, die ihre Hindernisse bezwingen und zweitens, Menschen, die von den Hindernissen bezwungen werden. Menschen, die von ihren Hindernissen bezwungen werden, können ihre Probleme und Schwierigkeiten auch nicht gedanklich lösen. Soweit sie nicht vorsätzlich den Entschluss gefasst haben, aufgrund ihrer missverstandenen Auffassung von einem rechten Denken unangenehmen Gedanken auszuweichen, sind sie zumindest passiv und unternehmen keinerlei Anstalten, um die zu überwindende Schwierigkeit gedanklich zu meistern, sofern sie später auch im praktischen Leben gemeistert werden soll. Das Geheimnis der Überwindung ist ein gedanklicher Sieg. Falls wir in unseren Gedanken regelmäßig Lösungen finden, entwickeln wir einen unerschütterlichen Geist. Ohne einen solchen zielgerichteten Geist kann auf dem Schlachtfeld des Lebens kein Sieg errungen werden. Auf der anderen Seite gibt es kein menschlich lösbares Problem, das durch einen unerschütterlichen Geist nicht auch gelöst werden könnte. Falls das Denken eines Menschen fest auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet ist, wird er nicht nur Erfolg haben, sondern er wird bemerkenswerte Dinge erleben beziehungsweise erreichen. Dinge, die er nicht zu hoffen oder zu träumen wagte. Durch die geistige Überwindung von Schwierigkeiten wird das Denken ständig stärker. Es bewegt sich gedanklich auf die Schwierigkeit zu und wird vom gesamten Gewicht des Geistes und des Willens weitergeschoben. Dann bewegt sich auch der ganze Mensch nach vorne, geht durch die Schwierigkeit hindurch und kommt siegreich auf der anderen Seite heraus. Das erzeugt eine innere Macht, welche sich kontinuierlich weiter aufbaut und uns dann, wenn wir uns dieser Schwierigkeit in der Praxis stellen, zum Erfolg verhilft. Das ist eine völlig andere Vorgehensweise als das Gegrübel über schwierige Situationen. Sorgen wirken zerstörerisch. Wer sich über seine Probleme Sorgen macht, schürt nicht nur das Feuer der Angst, eine der schlimmsten Zerstörerinnen, sondern der gräbt auch Rillen in sein Gehirn, in denen seine Gedanken endlos kreisen. Das Gehirn wird dann auf Sorgen konditioniert und Sorgen haben sich ein Gewohnheitsrecht verschafft. Die Folge ist, dass jedes Mal, wenn etwas schwierig erscheint oder etwas schief geht oder wir Angst haben, dass es schief gehen könnte, sofort die von den Sorgen belagerten und ohne dies bereits mit nervöser Energie angereicherten Zellen aktiviert werden und explodieren. Dann geht es auf der Spur, die wir für die Sorgen geschaffen haben, erneut endlos weiter. Das ist der Abschiedskuss für unseren Seelenfrieden, das Adieu für eine gut durchschlafende Nacht und über kurz oder lang auch das Aus für unsere Gesundheit. Es gibt Menschen, die von Natur aus zu Sorgen neigen. Sie haben diese Unart ererbt. Ich selbst gehöre dazu. Andere Menschen machen sich nie über irgendetwas Sorgen. Wenn sie zu Tode verurteilt wären, würden sie sich wahrscheinlich hinsetzen und sich die Wartezeit mit einem Buch verkürzen. Zum Henker neben ihnen würden sie sagen, warten Sie bitte noch, bis ich mit dem Kapitel fertig bin. Es dauert nur zwei Minuten. Ein Mann in meinem Bekanntenkreis erhielt die unfrohe Botschaft, dass ihn eine gewisse Krankheit um seinen Verstand bringen würde. Sie dürfen sich deswegen keine Sorgen machen, erzählte man ihm. Er lachte und meinte dann, keine Bange, ich mache mir keine Sorgen. Bei uns ist das nicht üblich. In unserer Familie nehmen wir die Dinge so, wie sie kommen. Wir haben festgestellt, dass es letztendlich doch nicht so schlimm ist. Es gibt immer einen Ausgleich. Das zeigt den erstaunlichen Unterschied zwischen Sorgenmacher wesentlich größer sein als der der Unbekümmerten. Da das Thema Sorgen so wichtig ist, muss ihm ein eigenes Kapitel gewidmet werden. Über unsere Probleme und eingebildeten Ängste sollten wir uns zwar keine Sorgen machen, wir müssen ihnen aber gedanklich und willentlich begegnen. Weglaufen ist unter keinen Umständen gestattet. Wahrscheinlich gibt es nichts Negativeres und Destruktiveres als dies. Wer sich seinen Herausforderungen nicht stellen will und ihnen aus dem Weg geht, gehört zu den größten Sorgenmachern überhaupt. Das Problem wird dadurch nur noch größer und wird noch mehr Anlass zur Sorge geben. Auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, muss ich nochmals darauf zu sprechen kommen, dass wir unsere Probleme zuerst gedanklich lösen müssen. Die Lehre, wonach sie ihre Probleme einfach ignorieren und ausschließlich an schönes denken oder sich der Tag Träumerei hingeben, kann zwar positiv umgesetzt werden, doch in den meisten Fällen wird sie leider negativ angewandt. Wenn sie negativ angewandt wird, schwächt sie den Willen, stiehlt uns unsere Eigeninitiative und zerstört unsere Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit. Statt eine problematische Situation zu vermeiden, tun wir besser daran, bei einem Gedanken an eine Schwierigkeit oder unangenehme Situation kühn vorzugehen und unsere Fähigkeit zu bekräftigen, sie erfolgreich zu meistern. Wenn solchen Gedanken jedes Mal, wenn sie auftauchen, mit einer Bekräftigung unserer Fähigkeit und Macht des Gelingens und des Sieges begegnet wird, werden wir dann, wenn wir dieser Situation im praktischen Leben gegenüberstehen, auch im Stande sein, diese Erfahrung erfolgreich zu durchleben. Dann sind wir geistig standfest und verfügen über Kraftreserven, die uns in Erstaunen versetzen werden. Uns auf diese Weise mit Gedanken an Misserfolge, Schwierigkeiten oder Ängste zu konfrontieren, wirkt sich auch auf das Unterbewusstsein aus. Es nimmt eine klare Vorgabe auf und erkennt, was von ihm erwartet wird. Als treuer Diener lässt es uns nicht im Stich. Solche Bekräftigungen können unterschiedlich ausfallen und müssen naturgemäß je nach Anwender anders formuliert werden. Dem einen hilft vielleicht nur eine Affirmation aus einem spirituellen oder religiösen Text, für einen anderen wären solche Formulierungen überhaupt nicht hilfreich. Er braucht vielleicht eine eher psychologische Variante. Jeder muss die Form verwenden, auf die er am besten anspricht. Vielleicht beginnen sie mit einer psychologischen Formulierung und stellen dann fest, dass ihnen eine andere Wortwahl besser liegt. Die Form, die ihnen in der Gegenwart am meisten zusagt, ist die, welche zum jetzigen Zeitpunkt am besten für sie geeignet ist. Wenn einem religiös ausgerichteten Menschen ein Gedanke an eine Schwierigkeit, eine Prüfung oder an Angst kommt, könnte er ihm zum Beispiel mit dem Gegengedanken oder der Affirmation begegnen, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, deshalb werde ich diese Situation durch die Macht Christi in mir erfolgreich durchschreiten. Dabei kann er sich bildhaft vorstellen, wie er von unsichtbaren Kräften unterstützt, mit Schwung durch das Problem hindurch bricht. Im Laufe der Zeit wird sich eine geistige Gewohnheit herausbilden und er wird innerlich siegreich durch Schwierigkeiten und Ängste hindurchgehen. Statt vor dem Problem fortzulaufen, geht er es mit dem Gefühl eines siegreichen durchstoßens an. Das wird ihm helfen, charakterfest, siegesgewiss, erfolgsüberzeugt, stark, ausdauernd und beharrlich zu werden. Ein anderer Mensch steht religiös formulierten Affirmationen vielleicht kritisch gegenüber. Er benötigt eine abgewandelte Formulierung. Er könnte dem Gedanken an Schwierigkeiten oder Ängste zum Beispiel wie folgt Paroli bieten. Erfolg, Sieg, Meisterschaft und sich dabei vorstellen, wie er als Gewinner aus dieser Lage hervorgeht, wenn gleich getragen und gestärkt von einer ihm unverständlichen Macht in ihm. Im Zuge einer solchen Geistespflege verändert sich das Leben nachhaltig, weil sich der Charakter verbessert. Statt sich von den Widrigkeiten des Lebens bezwingen zu lassen, werden diese Widrigkeiten bezwungen. Nach einem solcherweise erreichten Sieg wird der betreffende Mensch neue Herausforderungen finden. Er wird neue und schöne Ausblicke sehen. Er wird festgestellt haben, dass er seinen Charakter formen und gestalten kann und dass er infolgedessen auch sein Leben positiv gestalten kann. Nicht wenige Menschen denken in Form geistiger Vorstellungsbilder. Ihre Lebensart und die Ausprägung ihrer Umstände hängen vom Charakter ihrer Vorstellungsbilder ab. Wenn solche Menschen Bilder von Schwierigkeiten oder Fehlschlägen haben, sollten sie diese inneren Bilder in ihr Gegenteil verkehren. Einige Menschen neigen von Natur aus zu negativen Vorstellungsbildern. Ein Gedanke an den Mietzahltag reicht aus und schon sehen sie sich außerstande die Miete aufzubringen. Sofort steigen in ihnen unliebsame Folgeerscheinungen wie Zwangsräumung, Gehaltspfändung und dergleichen hoch. Wenn sie an ihr eigenes Geschäft denken, leben sie in ständiger Existenzangst, denken an Zahlungsunfähigkeit, ausbleibende Aufträge oder Gerichtstermine. Als Angestellte werden sie von Bildern der Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit und anderen Einschränkungen verfolgt. Werden sie Zeuge eines Unfalls, so sehen sie sich als Opfer und werden von entsprechenden Ängsten geplagt. Hören sie einen Krankenwagen, denken sie an einen Bekannten, der vielleicht operiert werden muss. Solche Vorstellungsbilder zuzulassen, birgt die Gefahr, dass genau die visualisierten und befürchteten Bedingungen angezogen werden. Es ist deshalb von größter Wichtigkeit, solche negativen Vorstellungsbilder allesamt in ihr positives Gegenteil zu verwandeln. Auf diese Weise werden nicht nur die schlimmen Auswirkungen solcher schädlichen Vorstellungen vermieden, sondern es wird den gegenteiligen Zuständen eine Chance geboten. Falls negative Vorstellungsbilder von Misserfolgen, Armut, Unglücken, Unfällen, Krankheiten und Tod in Wunschbilder von Erfolg, Wohlstand, Glück, Gesundheit und Sicherheit verwandelt werden, erhöht sich die Tendenz, dass sich diese angestrebten Zustände im Leben verwirklichen. Statt sich zum Beispiel eine Zwangsräumung infolge nichtmöglicher Mietzahlungen auszumalen, sollte sich der Betreffende bildhaft vorstellen, wie er pünktlich seine Miete bezahlt und sorgenfrei in einem komfortablen Haus wohnt. Auf diese Weise wird es wesentlich wahrscheinlicher, dass er diesen Wunschzustand erfährt. Ein geistiges Vorstellungsbild ist wahrscheinlich die mächtigste Form des Denkens. Auf die richtige Kultivierung solcher inneren Bilder kann nicht genug hingewiesen werden. Die Folge einer solchen Kultivierung ist eine positive Geisteshaltung, was äußerst wünschenswert ist. Ein weiterer Effekt ist die Charakterschulung, wodurch wir in Bereichen, in denen wir schwach waren, stark werden und Dinge erreichen, die vorher außerhalb unserer Reichweite waren. Kapitel 4 Schöpfer unseres eigenen Ungemachs? Leben wir in einem übelgesinnten Universum und sind wir die Opfer eines bösartigen und mutwilligen Schicksals? Oder leben wir in einem geordneten Universum, dessen Prinzipien Hilfsbereitschaft oder Liebe sind? Die meisten werden wohl insgeheim zur erstgenannten Annahme neigen. Genau deshalb sind wir Pessimisten, auch wenn wir nach außen etwas anderes zur Schau stellen. Wer weiß, wie viele grässliche Auswirkungen auf das Konto dieses inneren Pessimismus gehen? Wer an Schlimmes glaubt, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Schlimmes eintritt. Der Glaube an das Scheitern wird Scheitern hervorbringen. Der Glaube an Krankheit wird Krankheit produzieren. Wir brauchen also eine Umpolung unserer Glaubenssätze. Eine gedankliche Umpolung wird sich daraufhin ganz von selbst einstellen. Tatsache ist, dass wir in einem geordneten Universum leben. Wir selbst sind jedoch nicht geordnet. Wir Menschen leben nicht im Einklang mit unserem wahren Umfeld. Unser wahres Umfeld ist ein geordnetes und vollkommenes Universum. Das verborgene Gebot des Lebens ist Liebe oder Miteinander. Der Biologe Gerhard Wilhelm Rheinheimer lehrt, dass sich überall in der Natur, im Pflanzen ebenso wie im Tierreich Gesundheit und Weiterentwicklung zeigen, wenn dieses Gebot des Miteinanders beachtet wird und dass bei einem Verstoß gegen dieses Gebot Krankheit und Unordnung die Folge sind. Solche Verstöße sind zum Beispiel räuberische oder schmarotzerische Praktiken statt Mithilfe und Miteinander. Zunächst müssen wir glauben, dass wir in einem geordneten Universum leben und dass das Leben auf dem Sockel der Liebe steht. Wir müssen auch glauben, dass die Ursache für unser Übel oder für die Unordnung in unserem Leben bei uns selbst zu suchen ist. Fakt ist, dass wir in Disharmonie mit dem Leben sind und gegen das universelle Grundgesetz verstoßen. Harmonie Friede, wirklicher Erfolg und ein sorgenfreies Leben sind nur in dem Maße möglich, indem wir uns in Einklang mit dem Leben, mit dem geordneten Universum begeben und nach dem Gebot des Lebens arbeiten. Dieses Gebot heißt Liebe, Miteinander, Zusammenhalt. Es wird die Zeit kommen, so können wir bei Jesaja nachlesen, da dieses Gebot universal beachtet wird. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind, wenn man nichts Böses mehr tut und kein Verbrechen begeht. Dieses Ideal mag noch weit entfernt sein, wir wissen aber, dass die Wahrheit hier und jetzt gelebt werden kann. Dadurch können wir gar nicht mehr anders, als Harmonie und Seelenfrieden in unser Leben zu bringen. Dafür, dass wir in einem geordneten Universum leben, können wir nicht dankbar genug sein. Wir können nicht genug danach trachten, damit in Harmonie zu gelangen. Wir können jeden Tag so denken und uns so verhalten, dass wir nach dem Grundprinzip oder Gebot des Miteinanders und der Hilfsbereitschaft leben. Unser erster Gedanke sollte in jeder Art von Lebenssituation nicht sein, was wir davon haben, sondern welchen hilfreichen Beitrag wir leisten können. Nach weltlichen Standards ist dies natürlich der Gipfel der Torheit, aber in Wahrheit ist ein solches Verhalten die höchste Weisheit und führt zu einem Leben in wahrer Harmonie und Zufriedenheit, zu Seelenfrieden. Allen Enttäuschungen und Schlägen zum Trotz ist das Leben im Grunde gut. Viele dieser Dämpfer haben wir uns jedoch selbst zuzuschreiben. Ernten wir nicht in mittleren oder späteren Lebensjahren die Früchte der Saat aus unserer Jugend? Das Leben ist gut, auch wenn es den Charakter schleift und poliert. Wenn wir in Harmonie damit leben, folgsam seine Schüler sind, können wir uns viel Ungemach und Kummer ersparen. Dann hören wir auf, unsere eigenen Probleme zu erschaffen. Kapitel 5 Rechtes Denken und die richtige Einstellung Die Grundlage für Erfolg und Wohlstand Erfolgreiche Menschen haben eine bestimmte Geisteshaltung Sicherlich gehören auch Ehrgeiz Findigkeit Arbeitseifer Willensstärke und Zielorientierung zu ihnen Sie zeigen Einsatzbereitschaft und ergreifen eine Chance sobald sie sich zeigt Doch der Hauptgrund für ihren Erfolg ist ihre geistige Einstellung Erfolgreiche denken an Erfolg und Gelingen Sie gehen grundsätzlich davon aus Sie denken an Wohlstand und Fülle Das Leben erhöht so dann die Wahrscheinlichkeit im Laufe der Zeit diese vorherrschende Denkweise zum Ausdruck zu bringen Wenn wir ständig Gedanken an Erfolg und Wohlstand pflegen werden diese Umstände über kurz oder lang in unser Leben treten Das mag mehr oder weniger der Fall sein je nachdem welche fachlichen Fähigkeiten wir mitbringen oder erwerben Nicht jeder von uns kann die erste Geige spielen aber wir können den Stand erreichen der am besten zu uns passt Mit Ausnahme einiger weniger die sich in allen Bereichen für Tausendsassers halten und sich dann doch als Nichtsnutze erweisen können die meisten von uns viel mehr erreichen als sie sich bislang zutrauten In jedem schlummern ungeahnte Fähigkeiten Das Leben ruft nach besseren Leistungen und die Fähigkeiten zeigen sich sobald wir uns der Verantwortung stellen Oftmals zu unserem eigenen Erstaunen und zur Verwunderung unserer Freunde Ich habe absichtlich mit ziemlich vielen erfolglosen Menschen Gespräche geführt Damit meine ich Menschen welche trotz fleißiger Arbeit und trotz des Wunsches im Leben voranzukommen immer auf der Stelle treten wie sehr man ihnen auch hilft und wie zahlreich die ihnen gebotenen Gelegenheiten auch sein mögen Bei allen habe ich dasselbe Gedanken Muster vorgefunden Diese Menschen denken an Mangel und Knappheit an Scheitern und Versagen Die Folge ist dass sie unwissentlich mit all ihren Handlungen und Entscheidungen dafür sorgen dass Mangelsituationen und Misserfolge herauf und Misserfolge werden gleichermaßen talentierte oder befähigte Menschen sind nicht im gleichen Maße erfolgreich es mag den Anschein haben als habe der eine nur Glück gehabt während der andere vom Pech verfolgt ist ich bin jedoch zutiefst davon überzeugt dass der Unterschied in der Geisteshaltung liegt der eine hat sich auf Erfolg und Leistung eingestellt und diese Grundeinstellung wirkt als zentrale Achse um den herum seine Gedanken kreisen sowohl die bewussten als auch die unbewussten der andere ist auf Ängste und Misserfolge fixiert diese bilden den Dreh und Angelpunkt seiner Gedanken der eine ist voller Energie und Inspiration während die Bemühungen des Zweiten untergraben werden und seine Energien von der verborgenen Misserfolgs Vorstellung oder der Angst vor Scheitern und Ruin aufgesaugt werden Wenn gleich dem einen eine erfolgreiche Haltung mit in die Wege gelegt sein mag während der andere ein Misserfolg denken geerbt hat muss dieser Zweitgenannte nicht zwangsläufig auf der Strecke bleiben Eine Geisteshaltung ist veränderbar Dazu bedarf es nicht der Unterstützung eines teuren Mentalexperten oder Arztes Jeder kann dies selbst bewerkstelligen Das Zauberwort heißt Veränderung der Gedanken Indem der Mensch seine Gedanken ändert verwandelt er die fixe Idee des Scheiterns allmählich in eine Erfolgsvorstellung Die geistige Einstellung wird geändert und die Gedanken werden darin unterwiesen sich auf Erfolg auszurichten Mit der Zeit überträgt sich diese neue gedankliche Ausrichtung auf den gesamten Menschen und er steigt wie ein Korken im Wasser hoch statt wie ein Stein unter zu gehen Er erreicht das was für ihn die Spitze seiner beruflichen Laufbahn ist statt auf den Grund zu sinken Er stellt fest dass es an der Spitze viel Spielraum gibt weil nur wenige ihr Bewusstsein konstruktiv nutzen Er erreicht eine privilegierte Stellung weil er nun sein Bewusstsein schöpferisch und nicht mehr nur für die Routine Arbeiten einsetzt Darüber darf nicht vergessen werden dass das Dienen vor dem Verdienen kommt Nur indem wir der Welt über unsere kooperative Hilfe einen Nutzen und Vorteil bieten können wir Glück zurück erhalten Solange sie uns kein Glück bringen sind Geld und Ruhm nur Ersatz Befriedigungen Erst Nutzen bieten und kooperative Hilfsbereitschaft bringen wahren Erfolg Hilfs orientieren Es geht nicht so sehr um das was bringt es mir als vielmehr um das was kann ich bieten denn jeder solide Erfolg beruht darauf in welchem Maße wir etwas sinnvolles und nützliches beitragen können Unabhängig von all dem bleibt die Tatsache bestehen dass Gedanken an Erfolg und Leistung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines Bewusstseins des Überflusses und Wohlstandes dazu tendieren solche Dinge zu uns zu ziehen das Unterbewusstsein ist in einem Maße kreativ das sich die meisten Menschen nicht vorstellen können und unsere Gedanken ziehen gleichgeartete Dinge an je nach Ausrichtung neue Chancen und Gelegenheiten und neue günstige Umstände ebenso wie Misserfolge oder Mangel Die innere Ursache für das Gelingen ist deshalb im geistigen Bereich zu suchen Statt die Gedanken wahllos umherschweifen zu lassen müssen wir sie darin schulen konstruktiv zu denken Während andere ihre Freizeit sinnlos und müßig vertrödeln müssen wir unsere Gedanken in positive und zielgerichtete Bahnen lenken Wir können ein Ideal sehr wohl ständig in Gedanken halten und unsere Gedanken kreisen dann ganz natürlich und mühelos um dieses Ideal Ein solchermaßen konstruktives Denken zwingt uns zum Arbeiten und Weitermachen während andere Leute ihre Zeit mit oberflächlichen Vergnügungen vergeuten Das ist keine Mühe sondern eine Freude Sie verleiht uns Begeisterung erhöht unsere Vorfreude und unsere Aufgabe wird vergleichsweise leicht Früher oder später wird sich wenn wir bereit sind so sicher wie Sonnenaufgang und Sonnenuntergang eine Gelegenheit zeigen Dieses Gesetz ist unfehlbar Sobald wir bereit sind zeigt sich die Gelegenheit Zum Abschluss dieses Kapitels noch ein Warnhinweis Es besteht die Gefahr dass sich der Erfolg zum Meister aufschwingt und wir sein Sklave werden Deshalb sollten wir nach Möglichkeit die höchste Form des Erfolgs anstreben Meist haben wir jedoch keine Wahl weil uns unser Ehrgeiz gewissermaßen angeboren ist Ich muss dabei an einen armen Buben vom Lande mit Grundschulbildung denken der nun ein geweihter Missionar ist Augenscheinlich eine Aufgabe die ihn bei solchen Voraussetzungen überfordern wird Ob er diese Berufung wählte oder von ihr gewählt wurde lässt sich nicht sagen aber in jedem Fall wird ihm dieses Leben in Selbst Aufopferung und Mühe trotz Fieber Armut Abgeschiedenheit und dem Unverständnis der Welt eine tiefe Befriedigung bringen Wer seinen Erfolg im Dienen findet und die Welt durch seinen Beitrag besser machen will ist wahrhaft erfolgreich Dann spielt es keine Rolle mehr ob dieser Erfolg zum Meister und er zu dessen Sklaven wird Denn eine solche Sklavenschaft bringt größte Freude und Befriedigung Das sind Schätze welche mit keinem Geld der Welt gekauft werden können und sich jenen entziehen die ihr Glück ausschließlich in äußerem Glanz und Ruhm suchen Kapitel 6 Auswirkungen des Denkens auf die Gesundheit aus möglich das Aufbrechen emotionaler Energie über eine Gedankenschulung das heißt über Gedanken die in andere Bahnen als primitive Wünsche oder Anwandlungen gelenkt werden zu vermeiden In Werken welche sich mit Themen wie diesem befassen wird dem Leser meist geraten nicht mehr an Krankheit Unwohlsein und dergleichen zu denken und seine Gedanken stattdessen auf Kraft Wohlbefinden und ähnliche Zustände auszurichten Im Grunde ist das ein guter Rat denn das Nachbrüten über Krankheiten und Unpässlichkeiten schafft einen krank machenden Zustand der die Gesundheit angreifen wird Es ist in Ordnung über Ganzheit Gesundheit Lebensfreude und Vitalität nachzudenken daraus kann nur Gutes kommen Der Neuling in dieser Materie wird sich also sagen Ich bin vollkommen gesund Er wird versuchen das entsprechende Gefühl aufzubauen und ein geistiges Vorstellungsbild zu erschaffen in dem er sich als gesund topfit und vital sieht Auf diese Weise tut er den ersten Schritt auf eine bessere Gesundheit zu So gut dieser Ansatz auch ist ist er beileibe noch nicht die ideale Vorgehensweise Deshalb sollten bald möglichst bessere Methoden angewandt werden Es ist nämlich noch wesentlich mehr zu beachten Die eigentlichen Ursachen einer angeschlagenen Gesundheit reichen viel tiefer In diesem Werk können natürlich nicht die Grundursachen sämtlicher Krankheiten angesprochen werden Auf einige wichtige wollen wir jedoch eingehen Zunächst gilt es zu verstehen dass Gesundheit der Normalzustand ist Es ist normal gesund zu sein und es ist unnormal krank zu sein Es gibt drei Gefühlszustände die uns um unsere Gesundheit bringen Erstens Wolllust Zweitens Ressentiments und Drittens Besorgnis Diese Zustände können überwunden oder neutralisiert werden indem wir uns angewöhnen unsere Gedanken um folgende Aspekte kreisen zu lassen Erstens Einheit Zweitens Wohlwollen Einschließlich Verzeihen und Empathie Und Drittens Ruhe Erster Aspekt Auch wenn in heutigen medizinischen Werken viel von Syphilis und ähnlichen Krankheiten die Rede ist halte ich unreines Denken für eine der Hauptursachen von Kränklichkeiten und Krankheiten Damit meine ich das Schwelgen in Lust betonten und begehrlichen Gedanken Die üblen Folgeerscheinungen wollüstigen Verhaltens sind schlimm genug aber die Folge zwanghafter Gedanken an Geschlechtlichkeit sind ebenso schlimm Das Übel aus gesundheitlicher nicht aus rein moralischer Sicht ist dass solche Gedanken Begierden auslösen was dazu führt dass eine emotionale Energie aufgebaut wird Diese Energie muss verdrängt werden was die wahrscheinliche Ursache vieler körperlicher Störungen ist Alle natürlichen Begierden als etwas Schlechtes oder Unreines zu verdrängen ist nicht der beste Weg um mit dieser Problematik umzugehen Die Sache würde dadurch nur noch schlimmer Der einzige vertretbare Weg besteht darin sein Denken über diese Dinge zu erheben Wir müssen mit uns selbst ins Gericht gehen und uns klar machen dass uns Wolllust und Begehrlichkeit nichts bringen können Wir führen uns selbst an der Nase herum Es gibt wesentlich wichtigere Dinge Es Es ist sicherlich besser über schneebedeckte Berge heldenhafte Taten das große Universum die ewigen Wahrheiten oder unsere Entdeckungsreise durch Zeit und Raum nachzudenken als über Dinge zu fantasieren die unsere sexuellen Emotionen anstacheln oder nur hoffnungslose Sehnsüchte darstellen Das gilt tausendmal nicht nur aus moralischen intellektuellen oder spirituellen Gründen sondern nicht zuletzt aus gesundheitlichen Erwägungen heraus Statt sexuell bedingte Gedanken zu verdrängen sublimieren wir sie und lassen unsere Gedanken über sie hinweg schweben Auf diese Weise verwandeln wir die Lebenskräfte in höhere intellektuelle und spirituelle Mächte Statt die Lebenskraft und unsere emotionale Nerven Energie zu unterdrücken oder zu verschwenden setzen wir sie für etwas Höheres ein Dadurch werden wir nicht nur gesünder sondern geistig und charakterlich auch größer Zudem werden wir in die Lage versetzt beharrlicher und leistungsfähiger zu werden Zweiter Aspekt Gedanken des Wohlwollens und Verzeihens wirken sowohl heilsam als auch krankheitsvorbeugend Hass Gereiztheit und Groll Vorurteile Gehässigkeit und Rache all solche Gedanken sind Gift für die Gesundheit dasselbe gilt für Ärger Wut Leidenschaft und ähnliche negative Gefühle An ihrer Stelle sollten Gedanken des Wohlwollens des Verzeihens der Nachsicht und der Nichtvergeltung gepflegt werden Dies wirkt sich förderlich auf unsere Gesundheit aus hält Krankheiten und Unpässlichkeiten fern Der Grund dafür ist schlichtweg dass sie uns in Harmonie mit dem Gebot des Lebens bringen Die meisten von uns sind wohl nicht von Hass Gedanken erfüllt Doch wenngleich wir niemanden hassen oder verletzen wollen dürfte der eine oder andere heimliche Groll noch vorhanden sein Vielleicht haben sie ja vergessen dass sie sich zurückgesetzt fühlten aber das Ressentiment modert tief im Unterbewusstsein vergraben immer noch vor sich hin und sorgt für Disharmonie was sich dann im Außen als Krankheit oder Störung zeigt Dritter Aspekt Jeder Arzt kann bestätigen dass Sorgen Stress Kummer Ängstlichkeit oder Beklemmung für zahlreiche schwere Krankheiten verantwortlich sind Viele ernsthafte Erkrankungen treten nach einer Phase der Anspannung Angst oder Ungewissheit auf Selbst Erkrankungen die vornehmlich auf alkoholische oder andere Exzesse zurückgeführt werden verschlimmern sich noch wenn der betreffende Mensch Sorgen hat oder durch etwas bestürzt wird Trotz solcher Exzesse wird ein Patient erst dann von Krankheiten befallen wenn er unter Verlust Enttäuschung Angst oder Sorgen leidet Dann geht es meist sehr schnell Aber auch andere Personen die keineswegs ein exzessives Leben führen werden krank auch wenn sie nüchtern und gemäßigt leben Die Sorgen über einen auf Abwege gekommenen Sohn der Kummer einer betrogenen Ehefrau die lang anhaltenden finanziellen Probleme Probleme eines Geschäftsmanns sind einige Beispiele für den Kollaps des Nervensystems Die Kräfte werden ausgezehrt und legen das System frei sodass die Krankheit freien Eintritt hat Hier wird nicht die Behauptung aufgestellt dass wissenschaftliches Denken hier rechtes Denken genannt sämtliche Unbilden des Lebens von uns fernhalten könne wenngleich nicht wenige davon auf unser eigenes Konto gehen In jedem Fall bleiben noch einige Früchte zu ernten übrig die auf falsches Saatgut zurückzuführen sind Wir können nun aber so vorgehen dass uns diese Früchte nicht mehr schaden Das ist ein großer Gewinn Zwei Menschen mögen vor derselben unliebsamen Situation stehen Der eine reagiert falsch und wird krank unglücklich verbittert und mürrisch Der andere übersteht diese Situation nicht nur ohne Schaden sondern geht gestärkt daraus hervor Den Menschen beizubringen wie sie als Gewinner aus ihren Lebenserfahrungen hervorgehen gehört zu den schönsten Aufgaben Viele Ärzte wissen dass ein Patient der sich in sorgenvollen Zeiten Ruhe gönnt der sich entspannt und loslässt und gleichzeitig hoffnungsvoll und positiv in die Zukunft blickt schneller gesundet und gestärkt aus dieser Erfahrung hervorgeht was auch bedeutet dass er in Zukunft von einer vergleichbaren Krankheit verschont bleiben dürfte Rechtes Denken wirkt somit in vielerlei Hinsicht krankheitsvorbeugend und heilend es bringt uns Ruhe und Ausgeglichenheit und beseitigt die Störungen welche uns von der universellen Ordnung trennen wenn sich ein jeder von uns vollkommen auf das göttliche ausrichten könnte gäbe es weder Leid noch Sorgen der Grund für unser Leiden ist dass wir nicht in Harmonie mit der inneren vollkommenen göttlichen Ordnung leben Gott bestraft uns nicht das tun wir selbst durch das angerichtete schlimme und üble der Grund ist die Loslösung von der göttlichen Ordnung der verlorene Sohn wurde von seinem Vater nicht bestraft er bestraft sich selbst indem er sich vom Haus seines Vaters löste und wegging als er zurückkehrte wurde ihm freudig verziehen auf eine moderne Sprache übertragen bedeutet dies dass wir von einem Leben der gedanklichen begehrlichen und emotionalen Loslösung und Trennung abzulassen haben um wieder in die Mitte des Lebens zurückzukehren in die Ordnung und Harmonie um damit eins zu werden dazu brauchen wir den Wunsch dies tun zu wollen und müssen unser gesamtes Denken mit dem göttlichen Innenkern in Übereinstimmung bringen ein solches Unterfangen ist jedoch nur möglich wenn wir himmlische Hilfe erfahren alle Mächte der Finsternis erheben sich um uns davon abzuhalten es gibt jedoch einen der diesen Weg vor uns gegangen ist der ebenso in Versuchung geführt wurde und als großer Sieger hervorgegangen ist nicht ich sondern der Christus in mir sagte Paulus das ist das Geheimnis der erfolgreichen Gedankensteuerung Kapitel 7 die Anziehungskraft von Gedanken es gibt zwei altbekannte Sprichwörter deren psychologischer Wahrheitsgehalt leicht übersehen werden kann zum einen gleich und gleich gesellt sich gern zum anderen sag mir mit wem du umgehst und ich sage dir wer du bist die Quelle dieser Anziehungskraft liegt überwiegend im Denken des Menschen wenn wir Gedanken einer bestimmten Art haben ziehen wir ähnlich denkende Menschen an dies erfolgt über unsichtbare Anziehungskräfte es stimmt dass man uns die Ausprägung unserer Gedanken mit der Zeit ansieht alle Welt kann in unserem Gesicht sehen ob wir reine oder schmutzige starke oder schwache liebevolle oder hasserfüllte Gedanken haben unsere Gedanken ziehen nicht nur gleichgesinnte Menschen an sie ziehen auch gleichgeartete Gedanken an zwar kann das menschliche Unterbewusstsein in gewisser Weise als schöpferisch bezeichnet werden andererseits gleicht es eher einem Gedankengefäß und nicht so sehr einem Gedankenerzeuger mit einer Durchgangspforte hin zu guten schönen noblen und gesunden Gedanken und der anderen Pforte hin zu einem Strom voller unerwünschter schwächender und destruktiver Gedanken somit führen gleichsam zwei Öffnungen zu unserem Unterbewusstsein Wenn wir reine ganzheitliche und wohlwollende Gedanken pflegen öffnet sich die Durchgangspforte zum himmlischen und ähnlich geartete Gedanken können hereinfließen Deshalb ist das Gebet so wertvoll Beim Beten werden Gedanken und Aufmerksamkeit erhöht und himmelwärts gerichtet Als Reaktion fließen göttliches Leben erhabene Gedanken und Vorstellungen zu uns zurück Die Öffnung zu üblen Gedanken ist dann versperrt In der Übergangszeit mag sich die Pforte zu schlimmen Gedanken zwar hier und da noch teilweise öffnen und uns dann sogenannte Versuchungen bescheren Wenn wir versuchen diese Pforte zu schließen und gegen die angreifenden Kräfte Gedanken oder Suggestionen ankämpfen öffnet sie sich nur noch weiter Der einzige Weg mit solchen Situationen wirksam umzugehen besteht in der Erhöhung von Gedanken und Aufmerksamkeiten in der Erhöhung des Herzens auf die gute und himmlische Realität hin Dann schließt sich diese Pforte zu den niederen Dingen wieder 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 öffnet sich nur dann bis weilen wieder wenn unsere auf das gute gelenkte Aufmerksamkeit hin und wieder schwächer wird das hereinströmen des göttlichen stärkt uns jedoch fortwährend und verändert uns dadurch wird es immer leichter unsere Gedanken auf das gute auszurichten und infolgedessen die andere Pforte geschlossen zu halten Die Kehrseite ist dass die Durchgangspforte zum göttlichen Guten geschlossen bleibt wenn wir es zulassen dass die Pforte zum schwachen und üblen offen bleibt Solange wir unser Denken und unsere Aufmerksamkeit auf niedere Dinge lenken kann uns der Himmel nicht helfen Hier sehen wir den Wert des Glaubens Wenn wir unser Herz und unsere Gedanken über unsere Sorgen erheben öffnen wir die himmels weisende Pforte damit neues Leben neue Kraft und Gutes hereinströmen können Dies hilft uns unsere Schwierigkeiten zu meistern Kaum haben wir angefangen über unsere Kümmernisse nachzugrübeln schließt sich die himmelweisende Pforte wieder und die zu niederen Dingen Führende öffnet sich weit und lässt destruktives Gedankengut hereinbrechen Indem wir uns weigern uns über unsere Probleme und Schwierigkeiten sorgenvoll den Kopf zu zerbrechen und stattdessen zuversichtlich himmelwärts blicken und uns die göttliche Vollkommenheit oder Realität vor Augen halten gewinnen wir zweifach der spirituellen Quelle der Probleme wird der Hahn abgedreht und wir öffnen die Eintrittspforte für einen dauerhaften Strom himmlischer Einflüsse wir ziehen jedoch nicht nur einen der beiden Gedanken und Einfluss Ströme an sondern erschaffen uns auch eine Atmosphäre die entweder anziehend oder abstoßend wirkt diese Atmosphäre welche sie auch Aura oder persönlichen Magnetismus nennen können zieht Menschen und Gelegenheiten entweder an oder stößt sie ab falls zwei Menschen der eine mit einer anziehenden und der andere mit einer abstoßenden Atmosphäre dieselbe berufliche Chance geboten wird würde der erstgenannte wesentlich bessere geschäftliche Erfolge haben als der zweite denn er würde mehr Kundschaft anziehen freundlicher auf sie wirken weiterempfohlen werden und Laufkunden zu Stammkunden machen er könnte von seinem Geschäft leben während der Mensch mit einer abstoßenden Atmosphäre am Hungertuch nagte als Arzt Anwalt oder Geistlicher hätte der Erstgenannte eine große Mandantschaft beziehungsweise Gemeinde während die Anhängerschaft des zweiten anzahlmäßig gering wäre Um eine anziehende Atmosphäre aufzubauen müssen wir unseren Mitmenschen Wohlwollen entgegenbringen Es muss unser Anliegen sein weiterhelfen zu wollen und wir müssen die richtigen Gedanken pflegen Damit soll in keiner Weise der Speichelleckerei das Wort geredet werden Diese Form der kriecherischen Andienung sollte sogar strikt vermieden werden Wenngleich wir uns immer vor Augen halten sollten dass es unabhängig von unserem Beruf ums Dienen geht sollten wir auch bedenken dass ein jeder von uns ein Magnet ist und dass andere nicht durch Zwang oder gegen ihren Willen zu uns kommen sondern angezogen werden Dazu bedarf es der magnetischen Kraft des Wohlwollens und der ernst gemeinten Freundlichkeit wir haben enttäuscht wäre wäre es nie als ehrlich wahrgenommen worden und er wäre als scheinheiliger betrachtet worden Er war nicht darauf aus durch sein Mitgefühl mehr Aufträge zu erhalten sondern er konnte gar nicht anders als Mitgefühl zu zeigen weil er ein großes Herz hatte deshalb kamen die Leute zu ihm Nun werden einige einwenden dass sich die Ausführungen in diesem Kapitel in der Theorie ja durchaus schön anhören aber in der Praxis nicht umzusetzen sein Sie werden zu Recht sagen dass der Mensch bald nachdem er mit rechtem Denken begonnen hat und nach besseren Dingen strebt einer Invasion aller möglichen Kräfte des Bösen ausgesetzt sein wird und dass er sich fühlen wird als hätte er die Hölle über sich hereinstürzen lassen wodurch sein weiterer Fortschritt unmöglich gemacht wird das will ich nicht abstreiten aber es gibt noch eine andere Seite der Geschichte nämlich dass der so strebende Schützenhilfe von oben erhält jedes mal wenn wir nach oben blicken und unsere Gedanken erhöhen fließen Gesundheit Stärke und Gutes herein so sehr wir auch in Versuchung geführt werden erhalten wir Kraft und Stärke aus dem Inneren denn der der in euch ist ist größer als der der in der Welt ist Kapitel 8 angehörigen missionar weil sein denken fest 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 dieses ziel ausgerichtet ist scheinbar unüberwindliche hindernisse meistert er weil er sein ziel klar vor augen hat falls er geistig schwanken würde oder falls er seine gedanken abschweifen ließe wäre er solchen herausforderungen nicht gewachsen es muss erwähnt werden dass der erfolg mit der zeit zu unserem sklaventreiber wird sofern wir ihn mit leib und seele anstreben am anfang stellt sich uns der erfolg wie ein scheues und schwer zu fangendes vögelchen dar er verlangt uns ein opfer nach dem anderen ab bis wir eines tages feststellen dass unser Leben mit mehr oder weniger großen verantwortungen angefüllt ist von denen wir uns nicht mehr freimachen können dann hat sich der erfolg zu unserem gebieter aufgeschwungen und wir sind sein sklave geworden es ist dann an der zeit unsere materiellen ziele zu beschränken unsere spirituellen ziele brauchen wir jedoch nicht zu beschränken denn sofern wir bei unserer wahrheitssuche erfolgreich sind kann uns nur Freude erwarten wenn wir dann feststellen dass der erfolg nicht unser gebieter und wir nicht zu seinem sklaven geworden sind es ist nicht allgemein bekannt dass die unabdingbare voraussetzung für spirituelle verwirklichung eine gedanken 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 schulung ist nur wenn wir zu einem gewissen maß an gedanken steuerung in der lage sind können wir wirklich beten wir richten unsere aufmerksamkeit auf gott und errichten dadurch eine leiter auf der unsere gedanken höher klettern können gedanken steuerung ist somit eine ausrichtung der aufmerksamkeit auf ein bestimmtes objekt und ein dortiges verweilen solange unsere aufmerksamkeit auf gott ausgerichtet ist werden unsere gedanken auf der errichteten leiter höher klettern wer nur über eine geringe aufmerksamkeitskraft verfügt und dessen fähigkeiten zur gedanklichen ausrichtung schwach ausgeprägt sind sollte gebete nachbeten das ist zwar nicht so gut wie selbst zu beten aber für den anfang ein schritt in die richtige richtung jemand der seine gebete abends und morgens aufsagt beziehungsweise wiederholt verfügt über ein bindeglied zwischen sich und der höheren macht welches anderen menschen die diesen versuch nie unternehmen abgeht das wahre beten durch die ausrichtung der aufmerksamkeit und der gedanken auf gott ist jedoch etwas ganz anderes und größeres es ist eine spirituelle übung der höchsten ordnung allerdings ist es nicht leicht solange unsere gedanken nicht wirklich diszipliniert sind sie werden immer wieder abschweifen alltags angelegenheiten hecheln um aufmerksamkeit und wir ertappen uns bei gedanken an materielle nicht an spirituelle dinge dann müssen unsere gedanken so lange immer wieder zurückgebracht werden bis sich eine gewohnheit verfestigt hat die wahres beten möglich macht es gibt viele stufen des wahren gebet es gibt das flehentliche gebet das lobpreisende und das dank sagende gebet es gibt das meditative und das kontemplative gebet die beiden letzteren sind sehr fortgeschrittene formen sie setzen eine fast hundertprozentige gedankensteuerung voraus doch nicht nur in zeiten des gebets ist die gedankensteuerung für die weiterentwicklung unserer spirituellen fähigkeiten notwendig wir brauchen sie auch für mondäne dinge auch arbeiten welche wir ungern verrichten können angenehm werden wenn wir uns die allgegenwart gottes vergegenwärtigen indem wir unser denken immer wieder nach innen richten werden wir immer stärker es wird uns bewusst dass wir einen inneren ratgeber haben wir sind nicht alleine das ergebnis von all dem ist dass unser charakter besser wird der charakter bleibt er kann nie sterben wir sind vielleicht nicht religiös oder fromm im landläufigen sinne aber wir sind noblere authentischere und geistig vornehmere menschen geworden das innere oder spirituelle leben ist etwas sehr reales zwei menschen mögen spirituell wach sein und den wunsch verspüren ein nobleres und höheres leben zu führen dem einen gelingt es während der andere nach einer weile in seine frühere lebensweise zurückfällt in diesem fall hat der erste die flamme seines inneren lebens am brennen gehalten während sie der zweite hat ausgehen lassen der erste hat sich dem wahren gebet gewidmet und seine Gedanken nach oben gelenkt der zweite hat dies nicht getan das spirituelle leben des zweiten ist dann mangels nachschub verkümmert dann bricht die versuchung wie ein sturzbach herein und die nicht gefestigte seele unterliegt er gibt auf und verfällt wieder in sein vormaliges leben weil er etwas anderes für nicht möglich hält das problem war nicht dass die versuchung zu stark war sondern dass er sich durch die vernachlässigung des gebets und seine mangelnde gedankensteuerung von der unendlichen macht abgeschnitten hatte die wichtigkeit seine gedanken darin zu schulen sich von wertlosen dingen abzukehren und auf erhabene wahre schöne und wirklich lohnenswerte dinge auszurichten kann nicht oft genug betont werden kapitel 9 überwindung der angst angst ist wahrscheinlich die ursache von mehr missgeschicken im leben als wir verboten angstfreie menschen scheinen von einem besonderen schutzschild umgeben zu sein es ist allgemein bekannt dass ein hund niemanden anfällt der keine angst vor ihm hat meine eigene erfahrung mit sport ist dass man umso tollkühner vorgeht je weniger angst man hat und dass sogar die wahrscheinlichkeit steigt nicht einen einzigen kratzer davon zu tragen auch berichte von missionaren bestätigen dies wenn sie mit blutrünstigen kannibalen konfrontiert waren und völlig angstfrei auf sie zutraten entpuppte sich das was in ihrem unbewaffneten zustand der sichere Tod zu sein schien als eine begegnung mit einer herde lämpchen in keinem solchen fall kam ein missionar zu schaden eine völlige angstfreiheit ist nicht nur beim sport bei der begegnung mit wilden tieren oder mörderischen männern ein schutz sie ist auch ein schutz vor ansteckung und infektionen napoleon napoleon besuchte pestkranke soldaten um zu zeigen dass diese krankheit nur solche menschen befallen konnte die davor angst hatten ich kannte einmal einen mann der pocken und pest hospitäler aufsuchte aber niemals von einer solchen krankheit befallen wurde obwohl er am bett der patienten knieend mit ihnen betete er weigerte sich zu glauben dass die mikroben ihm etwas anhaben könnten somit belegte er den wahrheits gehalt des psalm 91 wir sehen also dass es nicht die mikroben sind die uns epidemien bescheren sondern dass der entscheidende faktor ein angst gedanke ist zwei menschen sind derselben infektion ausgesetzt der eine steckt sich an der andere nicht warum sie mögen zu bedenken geben dass der eine eben robuster und widerstandsfähiger gewesen sei aber das ist nicht immer so nicht selten steckt sich der stärkere an und der körperlich schwächere kommt heil davon doch selbst wenn der eine widerstandsfähiger gewesen ist geht dies doch überwiegend auf eine geistige stärke zurück in der Regel ist der positiv eingestellte mensch immun gegen Ansteckungen falls wir nun von der Notwendigkeit und Erwünschtheit einer Angstfreiheit ausgehen stellt sich die Frage wie unsere ererbte Schwäche überwunden werden kann die meisten von uns werden von der einen oder anderen Angst geplagt wir sind vielleicht in einem Bereich angstfrei doch in einem anderen Bereich halten sich tief in den Seitenschächten unseres Unterbewusstseins geheime Ängste verborgen wir sind vielleicht körperlich tapfer aber wir haben existenzielle Ängste Beziehungsängste Angst vor einem beruflichen Scheitern oder vor Arbeitsverlust vielleicht haben wir auch Angst vor einer bestimmten Krankheit vor Krieg Hungersnot oder dergleichen wie lassen sich solche Ängste überwinden genauso wie sie die Ängste eines kleinen Kindes beschwichtigen würden dass das nachts aufwacht und Angst vor der Dunkelheit hat sie würden zuerst sagen da ist nichts wovor du Angst haben musst dann würden sie dies begründen und dem Kind zeigen dass das Zimmer genauso aussieht wie bei Tageslicht sie würden ihm erklären dass diese Ängste nur eingebildet seien also im Geiste bestehen sollte das nicht ausreichen würden sie sagen ich bleib bei dir und halte deine Hand dann weißt du dass es nichts zu fürchten gibt das Kind würde ihre Gegenwart spüren sich beruhigen und bald wieder einschlafen auf dieselbe Weise gehen wir auch bei uns selbst vor wir sind sehr komplizierte Wesen und können mit uns selbst sprechen und diskutieren wir gehen also genauso vor wie mit dem kleinen Kind wir sagen uns es gibt nichts im Universum wovor ich Angst haben müsste das ist keine hohle Prahlerei sondern die pure Wahrheit das bedeutet nicht dass wir als Menschen Kinder bereits so stark sein dass wir alle üblen Kräfte überwinden könnten es bedeutet aber dass wir uns dadurch dass wir uns auf die Seite der Engel begeben haben diese sozusagen auf unsere Seite gebracht haben es bedeutet dass wir uns in Harmonie mit dem Universum gebracht haben über diese göttliche Ordnung haben die Kräfte der Unordnung keine Macht wir werden von einer verborgenen Macht getragen und geführt um mit den Worten von Edward Carpenter zu sprechen alle göttlichen Kräfte verschwören sich um mir ewige Freude zu bereiten falls sie sich noch nicht von diesen Kräften zu einem besseren und erfüllteren Leben geschubst fühlen können sie ohne weiteres andere Formulierungen verwenden der Prozess ist jedoch derselbe so wie das Kind das vor der Dunkelheit Angst hatte haben vielleicht auch wir das Bedürfnis nach mehr das Kind wollte dass wir bei ihm bleiben und seine Hand halten und so können auch wir die Allgegenwart des Allmächtigen und Ewigen anrufen es gibt eine Kraft die alle Mächte des Bösen überwunden hat diese bleibt bei uns seid getrost und unverzagt fürchtet euch nicht denn er wird immer bei euch sein und seid gewiß ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt Kapitel 10 keine Forderung sondern Gehorsam der Neuling in dieser Materie mag annehmen dass er sich nun der immensen Macht seiner Gedanken bewusst geworden sei und nunmehr von dieser Macht nach Gutdünken Gebrauch machen könne damit würde er einen großen Fehler begehen gerade weil Gedanken so mächtig sind und weil ihre Auswirkungen so langfristig sind sind wir aufgerufen unsere Gedanken so zu schulen dass sie mit den inneren Gesetzen des Universums übereinstimmen ein jeder von uns ist Teil des großen Ganzen Gott unser Vater ist das Zentrum und jeder Mensch ist unser Bruder einer ist des anderen Diener erst wenn wir erkennen dass wir uns mit dem Leben und mit dem Universum nicht in Harmonie befinden was nicht nur für unsere Handlungen gilt sondern auch für unsere Gedanken dass wir also eine falsche Auffassung vom Leben haben wird uns klar dass zwangsläufig auch unser Denken falsch sein muss man man sagt können können auch in uns selbst Harmonie erfahren und erst dann wird unser Leben wirklich erfolgreich im besten Sinne des Wortes es ist durchaus möglich Forderungen an das Leben zu stellen und das eingeforderte zu erhalten allerdings führt das zu Ergebnissen die auf Kosten mühevoller Arbeit und Opfer gehen wir alle müssen den Preis für unsere Errungenschaften bezahlen wer den Preis nicht zahlen will wird nichts erreichen das verlangt uns vieles ab Geduld Beharrlichkeit Standfestigkeit Zielklarheit Einsatz und gerade dadurch wirkt es auch charakterbildend den Erfolg aufrecht zu erhalten und sich von ihm nicht verderben zu lassen verlangt uns sogar noch größere charakterliche Qualitäten ab als das bloße erreichen eines Zieles doch unabhängig vom erreichten Ziel kann es uns weder Glück noch Harmonie bringen falls wir selbstsüchtig und rücksichtslos vorgingen das heißt falls wir Gott aus der Gleichung ausgeklammert hatten aus selbstsüchtigen und eigennützigen Forderungen an das Leben kann niemals Seelenfrieden Lebensglück oder innere Harmonie gewonnen werden Es mag sehr wohl eine Etappe in unserem Leben geben in der wir glauben dass nun alles im Lot sei und dass wir unser Schicksal im Griff hätten Dies mag uns anspornen noch mehr zu erreichen und nach noch größeren Dingen zu trachten All dies ist eine Weile gut und mag als Zwischenphase sehr wohl genügen doch über kurz oder lang erkennen wir dass wir zwar in gewissem Sinne Gebieter unseres Schicksals sind insofern als wir uns zwischen Gut und Böse entscheiden können dass letztendlich aber eine Gottheit unsere Zwecke formt wie wir sie auch entwerfen Es gibt eine innere Harmonie der wir zu genügen haben Wir sind Teil von etwas Größerem und können damit nur durch Drosselung unserer Selbstsucht harmonieren Anders ausgedrückt wir brauchen Gottes Liebe und Nächstenliebe Statt dem Leben unseren Willen aufzuzwingen Statt uns zum Nabel der Welt zu machen Statt einzufordern und zu erzwingen müssen wir lieben und Gott wie Mensch gleichermaßen dienen falls wir wirkliches Glück finden wollen So gelangen wir in Harmonie mit dem Ganzen Das innere Gesetz des Lebens heißt Liebe Es ist jedoch besser für uns es uns als miteinander vorzustellen In dem Maße in dem wir im Einklang mit diesem Gesetz denken arbeiten handeln und fühlen finden wir auch wahres Lebensglück Seelenfrieden Zufriedenheit als auch die Dinge die wertvoller als Rubine sind und mit Geld nicht erstanden werden können Wir erkennen dann dass wir uns darin schulen sollten Gedanken des Wohlwollens an die Stelle von Gedanken des Hasses und der Ressentiments zu setzen dass wir miteinander an die Stelle selbstsüchtiger Raffsucht und Dienen an die Stelle persönlicher Bereicherung setzen sollten Dann gliedern wir uns geschwisterlich in die Menschheit ein und vereinigen uns mit der inneren Harmonie Wir leben in einem geordneten Universum denn hinter der oberflächlichen Unordnung des Lebens befindet sich eine innere göttliche Ordnung Diese göttliche Ordnung würde im Außen ihren Ausdruck finden falls jeder Mensch in Harmonie damit gelangte Aber das Selbst steht im Wege Liebe Wollen Miteinander Das sind die Schlüssel die Menschen den Zutritt zur inneren Harmonie und zur inneren Ordnung ermöglichen Und durch sein eigenes Eintreten machte es auch seinen Geschwistern leichter diesen Bereich ebenfalls zu betreten Heutzutage Heutzutage gibt es Bücher die eine schädliche Psychologie verbreiten Darin wird die missbräuchliche Anwendung der Geistes Kraft mittels Suggestion gelehrt Geist und Wille werden manipulativ eingesetzt um andere Menschen fremd zu steuern Ein Handelsvertreter will zum Beispiel von einem gewissen Kaufhaus eine Bestellung erhalten Während der Einkäufer die Sache noch abwägt wirkt der Vertreter über starke mentale Suggestionen auf ihn ein damit er die Bestellung unterzeichne Sofern der Einkäufer nicht mit diesen Zusammenhängen vertraut ist könnte er veranlasst werden gegen seine eigenen Interessen eine Bestellung zu erteilen Solche Praktiken sind geistige Nötigung krimineller Art auch wenn sie von unserem Strafrechtssystem nicht verfolgt werden Es gibt unterschiedliche Varianten davon aber der größte Leidtragende ist der Anwender nicht das Opfer Allen die ihre Geistes Kräfte auf diese Weise missbrauchen ist der Untergang sicher Gegen die Lebensgesetze können wir niemals verstoßen ohne einen Bumerang Effekt zu erleiden und dieser Rückstoß wird sehr heftig sein Solche geistigen Fehlanwendungen sind das genaue Gegenteil einer Harmonie wie sie vorhin erwähnt wurde deshalb kann sie nur Unordnung und Leid nach sich ziehen Kapitel 11 Erste Schritte Wer wollte den Tag kleiner Anfänge verachten Rechtes Denken und Gedanken Steuerung lassen sich nicht im Schnellverfahren erlernen Wir müssen aus kleinen Anfängen hineinwachsen und nach und nach immer stärker und gefestigter werden Wir müssen also scheinbar bescheiden beginnen Ich verwende absichtlich das Wort scheinbar weil es zwar wie eine Kleinigkeit erscheint Gedanken zu pflegen die in entgegengesetzte Bahnen von niederen Gedanken und Gefühlen laufen das Endergebnis wird jedoch groß sein Selbst Gedanken des Wohlwollens jemandem gegenüber der uns übel mitgespielt hat mögen wie eine Kleinigkeit erscheinen aber es ist eine gewaltige Sache von ewiger Bedeutung Falls wir nur den Impulsen der weltlichen Natur nachgeben bleiben wir auf der Ebene des Tierhaften und richten uns an Sterblichkeit und Verfall aus Falls wir aber vorsätzlich Gedanken des Wohlwollens pflegen treten wir in die unendliche Freiheit hinaus wir müssen müssen uns ändern nicht unsere Umstände wir müssen über unsere Umstände und Begrenzungen hinaus wachsen nachdem wir diese Veränderung bei uns selbst vollzogen haben verändern sich auch unsere Umstände und unser Umfeld entsprechend wir können charakterlich nur so weit wachsen wie wir gedanklich gewachsen sind und das ist etwas ist das das was wir haben wir haben das haben Vielen Dank.